Ich hörte ein lautes Poltern aus dem Wald und dachte, es wäre ein Bär, weil sie nämlich in unserer Nachbarschaft herumlaufen, während wir darüber sprechen. Ich werde dich begleiten, weil du eben doch Angst hast. Oh Mann, ist es eng hier drin. Nichts, wie wir sagen, wer ihr eigentlich seid? Na, wir sind die Heavy Saurier. Komm zu Daddy! Hör zu, ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Einen von den etwas fetteren könnten wir auch gleich schlachten. Wir müssen sie befreien. Hallo Papa, ich hab dich sehr lieb. Ich werde jetzt zu Maxin gehen. Das finde ich auch. Ja! Ja! Vielen Dank.